Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hatte es auch noch mal an dieses Rednerpult getrieben, weil ich die eine oder andere Geschichte durchaus noch mal aus meiner Sicht bewerten will. So ist das ja bei der Aktuellen Stunde, ist ja auch das Schöne, kann eigentlich jeder sagen, was ihm gerade so einfällt. Ich finde das erstaunlich, dass alle nach vorne gehen und sagen, ja, finden wir durchaus richtig, dass man diese Aktuelle Stunde auch in der Form so beantragt hat. Und dann kommt immer, wenn Ihnen gar nichts mehr einfällt, sagen Sie, es ist Wahlkampf. Ich meine, wissen Sie, ich bin auch längst aus dem Alter raus, dass ich mich dafür entschuldige, wenn ich Wahlkampf mache, also obwohl diese Debatte heute nicht zum Wahlkampf dienen sollte. Das waren, nein, überhaupt nicht, weil ich glaube, die Damen und Herren von der AfD überzeugen wir ja ohnehin nicht, anders zu stimmen, als wie Sie es ja schon vorhaben. Also mit wem soll ich denn hier Wahlkampf betreiben? Lassen Sie doch den Unsinn zukünftig zu Hause. Ich sage Ihnen aber mal, was Ihre verfassungsrechtliche Pflicht ist, meine Herren von der AfD. Ihre verfassungsrechtliche Pflicht ist an Punkt 1, die Regierung kritisch zu begleiten. Haben Sie nicht gemacht, Sie haben die Regierung gelobt. Können Sie schon mal durchstreichen, hat nicht geklappt als Opposition. Also Totalausfall. Die zweite Aufgabe, die Sie laut Verfassung haben, Sie müssen eigene Konzepte vorlegen. Das haben Sie zum wiederholten Male auch nicht gebracht. Sie haben einfach nur an unseren Vorschlägen rumkritisiert. Das kann man ja vielleicht als Opposition tun, wird auf Dauer aber langweilig und irgendwann auch peinlich. Und wie schön, dass Sie sich mit unserer kommunalpolitischen Tour auseinandersetzen. Ich würde Ihnen das auch empfehlen, aber Sie tun das natürlich nicht, weil Sie Angst haben, wenn Sie die Leute einladen, kommt bei Ihnen keiner. Ich bin stolz darauf, wenn wir bei uns vor Ort die Bürgermeister einladen, kommen da zwischen 60 und 100. Übrigens quer durch alle Parteigrenzen weg. Von der AfD haben Sie ja keinen Bürgermeister. Deswegen würden Sie wahrscheinlich alleine sitzen. Deswegen fällt Ihnen da auch nichts anderes ein, als das zu kritisieren. Ich empfinde das als unseren landespolitischen Auftrag, über die Dinge zu informieren, die wir auf Landesebene beschließen. Wenn Sie richtig auf meinen Facebook-Seiten geschaut hätten, würden Sie sehen, dass wir das übrigens jährlich machen, die Bürgermeisterkonferenzen. Dass das gar nichts damit zu tun hat, dass wir Kommunalwahl haben. Der aktuelle Anlass war das neu zu erwartende FAG und dass wir darüber aktuell die Kommunen informieren, ist für mich eine ganz normale Angelegenheit. Und wenn ich noch auf ein weiteres hinweisen kann, wenn Sie sich hier so aufplustern, ich nenne Sie ja deswegen immer blauer Scheinriese, das sind Sie für mich auch, weil am Ende ist bei Ihnen nichts weiter drin außer Luft, dann hätten Sie sich doch kurz vor den Kommunalwahlen einfach auf die Strümpfe machen können und viele Kandidaten zu sammeln. Da ist doch Ihre hehre Ankündigung ausgeblieben. Am Ende haben Sie doch daran gekrankt, dass niemand für Sie kandidieren will. Die paar hauptamtlichen Funktionsträger, die Sie für die Kreistage sich da zusammengefegt haben, das ist ja schon fast peinlich. Da treten auf allen möglichen Listen immer die gleichen Leute an. Da kann ich Ihnen nur sagen, bin ich jedenfalls stolz auf unsere CDU. Wir haben nahezu 4.000 Kandidaten aufgestellt in diesem Bundesland. Das ist doch ein echter Erfolg. Darin hätten Sie sich ja durchaus messen lassen können. Und meine Damen und Herren, dieses Parlament dient übrigens dazu, um über die besten Positionen zu ringen. Das ist Ausfluss der Demokratie. Warum man das mit einmal kritisiert, habe ich noch nie so richtig verstanden. Und liebe Kollegin Rösler, wenn Sie uns dann schon kritisieren wollen, dann warten Sie doch wenigstens erst ab, was ich hier zu sagen habe. Ich finde, die Aktuelle Stunde dient dazu, dass man hier eine transparente und vor allem auch zum Teil jedenfalls ein bisschen interessante Debatte führt. Und da nicht vom Zettel die Schmähung, die Ihnen vorher ein Referent aufgeschrieben hat, über die SPD und die CDU auszugießen, ist schon peinlich. Lassen Sie sich für die Zukunft mal was Neues einfallen. Dann klappt es auch mit der Aktuellen Stunde, meine sehr geehrten Damen und Herren. Vielen Dank.